Ist das Bild echt? Sagen wir einfach, es wird in Spanien vermisst. Willkommen in der Welt von Irving Rosenfeld. Der geniale Trickbetrüger häuft in New York der 70er Jahre ein kleines Vermögen an. Doch als der ehrgeizige FBI-Agent Richie DiMasso ihm und seiner schönen Partnerin auf die Schliche kommt, müssen die beiden sich auf einen riskanten Deal einlassen. Lass dich nicht so hängen und denk dir was aus, wie du uns hier rausholst. Gauner-Komödie, Thriller, Love-Story und 70er Jahre Retro-Spaß. All das ist der neue Film vom mehrfach Oscar-nominierten David O. Russell. Trinken wir auf eine neue Ära! American Hustle Du hast doch auch schon in der Telefonseile fremdes Geld eingefleckt. Jeder klaut. Ich hab nur dickere Eier als du. In American Hustle geht es nicht so sehr um das Handwerk eines Gauners, sondern um seine Motivation und sein Herz. Grundumfragen wie, unterscheidet er sich wirklich so sehr von uns? Unsere kleinen und großen Lügen sollen uns ein besseres Leben ermöglichen. Und genau das wollen diese Figuren auch, ein besseres Leben. Menschen, die ihr Glück suchen und sich dabei neu erfinden. Ein zentrales Thema im Werk von Regisseur David O. Russell. Für American Hustle holte er sich ein wahres All-Star-Team vor die Kamera. Darunter die Oscar-Preisträger Jennifer Lawrence und Christian Bale. Sowie Amy Adams, Jeremy Renner und Hangover-Star Bradley Cooper. Als FBI-Mann mit großen Ambitionen. Ich will etwas verändern. Ich will die Wirtschaftskriminalität bekämpfen. Ich will, dass sie mir das beibringen. Wir schaffen das. Ich will vier Leute, die das tun, was sie tun. Vier Festnahmen. Und sie lassen uns in Ruhe. Romantik spielt eine sehr wichtige Rolle in meinen Filmen. Auch Irvings Kunst als Gauner hat etwas Romantisches. Denn es geht darum, Menschen zu verführen und Wünsche zu wecken. Ich finde, man sollte andere Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Hat Jesus das nicht gesagt? Genau. Der Schlüssel zu Davids Filmen ist, dass er all seine Figuren so gestaltet, dass man als Zuschauer mit ihnen fühlt. Und wenn sie im Verlauf der Geschichte zusammenkommen, wird das Ganze sehr aufregend und spannend. Ich werde diese vier Festnahmen durchziehen, diese vier Nummern. Um uns da rauszuholen, nicht nur mich, uns. Und dabei lasse ich ihn sehr nah an mich heran, Richie, den Korb. Sydney will sich ihre eigene Welt erschaffen. Und als ihr all das genommen wird, kommt es zu einem großen Konflikt. Ziehst du mich über den Tisch? Das musst du allein entscheiden, Kleiner. Ich habe alle Karten offen ausgespielt. Sydney ist unglaublich. Sie ist so sexy, so verletzlich, so getrieben, so gefährlich. Ich sagte doch, kein Metall in den wissenschaftlichen Ofen. Wieso hast du das gemacht? Irving hat zwei Dinge machen Irvings Leben kompliziert. Er hat einen Sohn, den er liebt, aber seine Frau ist ein Problem. Du bringst was ins Haus, das die ganzen Nährstoffe in unserem Essen kaputt macht und unser Haus in Brand setzt? Gut, dass ich da war. Russland ist kompliziert, gerissen und problembeladen. Ich denke mal, ich würde eher sterben, als mich zu verändern. Sie nie leben, sterben. Es ist nie eindimensional. Es ist aufregend, witzig, fesselnd, interessant und verwirrend. Einfach Adrenalin pur. Man kann nie vorhersagen, was passiert. Das ist eine so komplexe Geschichte, in der für alle Figuren unglaublich viel auf dem Spiel steht. Es ist sexy, großes Kino, erfrischend und neu. Wir müssen all diesen Typen eins auswischen. Es muss unsere allerbeste Nummer werden. Nominiert für zehn Oscars und ausgezeichnet mit drei Golden Globes. American Hustle 800 Uhr 75 Allah 4 75 56 56 56 47 56 Untertitelung des ZDF, 2020